shiny seraora ist da und das könnt ihr jetzt über pokémon home abholen ihr müsst dazu eigentlich nur ein pokémon von schwert oder schild auf home rüber kopieren bzw verschieben ich glaube es geht auch andersrum wenn ihr was abholt ob das spiel ist halt synchronisiert dazu geht ihr einfach auf geheimgeschenk und dann ist unten geschenk box schon das ausrufezeichen gewesen da geht ja direkt drauf lassen code hier laufen das ist ein code für rüstungsärzte den gibt hier im spiel schwert und schild einfach bei geheimgeschenk code einlösen glaub ich ist das ein so war auch direkt sera ora den holen wir uns auch direkt den spitznamen habe ich schon auch gegeben gehabt das ist das erste mal seit langem dass man überhaupt ein event pokémon wieder ein spitznamen geben kann ich habe es dann einfach zero genannt der wird aber ehrlich gesagt eh nur auf meiner box rumfliegen weil ich habe schon sera ora und ich nutze das eh nicht gibt viel bessere elektro angreifer wir gucken uns den boy jetzt auch erstmal an und nicht wundern das ist nachgesprochen hier wie gesagt den code für die rüstungsärzte könnt ihr einlösen ich brauche die nicht ich habe mehr als genug hier seht ihr gerade ein paar pokémon von mir ist ja auch egal so da haben wir den boy der hat glaub ich immer 6 tv wenn mit aber auch nicht sicher das war es auf jeden fall dann schon mal mit dem video habt noch einen schönen tag